Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video schauen wir uns jetzt Details zum Bereich Produktionsplanung und Produktionssteuerung an. Wir werden, wie Sie das schon kennen aus den Detailvideos, uns bestimmte Teilbereiche, Teilprozesse herausgreifen und die im Detail analysieren. Bevor wir das aber tun, nochmal einen Überblick über die zwei Teilprozesse, aus denen die Produktionsplanung und Steuerung besteht. Hierzu wieder auf unser Miroboard. In dem Miroboard sehen Sie jetzt die beiden Teilprozesse, die Global Bike für die Produktionsplanung und Steuerung verwendet. Den Prozess zur Produktionsplanung sehen wir hier oben. In der Produktionsplanung müssen gegebenenfalls Stammdaten gepflegt werden. Dann wird eine Absatz- und Produktionsgroppplanung erstellt. Das haben Sie im Rahmen der Fallstudie auch gemacht. Diese wird an die Programmplanung übergeben und auf Basis derer erfolgt dann eine Bedarfsplanung. Auf Basis der Bedarfsplanung werden Planaufträge erstellt. Diese Planaufträge werden dann im Rahmen der Fertigungssteuerung in Fertigungsaufträge überführt. Das sehen wir hier. Es erfolgt eine Freigabe der Fertigungsaufträge. Zu dem Fertigungsauftrag wird ein Warenausgang gebucht. Im nächsten Schritt erfassen wir dann eine oder mehr Rückmeldungen. Es wird der Wareneingang gebucht, der fertig produzierten Waren und schlussendlich wird der Fertigungsauftrag abgerechnet. Das sind die beiden drei Prozesse. Als erstes schauen wir uns jetzt die Produktionsplanung an und insbesondere da den Bereich Absatz und Produktionsgroppplanung. So, ich wechsle jetzt in unser S4HANA System und hier sehen wir die App zum Erstellen einer Produktionsgroppplanung. Ich habe hier jetzt für die Produktgruppe der Deluxe Touring Bikes einfach mal eine Planung erstellt. Was sehen wir hier? Es gibt hier zum einen die Absatzplanung. Hier habe ich für die verschiedenen Planungsintervalle, das ist in diesem Beispiel jetzt auf Monatsebene, einen Absatzplan hinterlegt. Einen Produktionsplan gibt es noch nicht und ich habe auch keinen Ziellagerbestand hinterlegt. Werden wir uns gleich noch anschauen, was da die Abhängigkeiten sind. Sie sehen allerdings schon, dass es hier so bestimmte Felder oder Bereiche gibt wie Lagerbestand und Reichweite, die nicht editiert werden können. Die werden automatisch vom S4HANA System berechnet. Wir können jetzt in dieser App, die so ein Kalkulationsblatt darstellt, für eine Absatz- und Produktionsgroppplanung, kann man verschiedene Einstellungen treffen. Zum einen habe ich die Einstellung getroffen, dass ich einen Anfangslagerbestand gesetzt habe. Den sehen Sie hier. Also für unsere Produktgruppe soll ein Anfangslagerbestand von 250 Stück bestehen. Außerdem ist es auf dieser Ebene möglich auch noch festzulegen, welche Perioden für die Planung zugrunde gelegt werden. Das können wir hier in der Periodenabteilung machen. Hier könnten wir eben Tage, Wochen oder Monate planen. Wir planen hier einfach auf Ebene der Monate. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wird in diesem Planungstableau eigentlich dargestellt und was wird denn da eigentlich auch berechnet. Um Ihnen das zu zeigen, wechsle ich jetzt einmal auf die Folien. Bevor wir jetzt analysieren können, wie die verschiedenen Zellen im Planungstableau berechnet werden, müssen wir erst ein paar Definitionen vorweg schieben. Im folgenden werden wir folgende Definitionen verwenden. Zum einen gibt es den Absatz in der Periode t, abgekürzt mit a Index t. Das ist die Absatzmenge in dieser Periode. Es gibt die Produktion. p mit dem Index t ist die Produktionsmenge in einer Periode. Und wir haben den Lagerbestand l, der den Lagerbestand am Ende einer Periode darstellt. Der Lagerbestand zum Beginn der Periode entspricht in unserer Definition immer dem Lagerbestand am Ende einer Vorperiode. Nachdem wir jetzt den Lagerbestand definiert haben, können wir im nächsten Schritt den Vorgabewert Ziellagerbestand definieren. Der Ziellagerbestand in der Periode t ist ein Vorgabewert für die Produktionsgrobplanung. Auf Basis eines Ziellagerbestandes versucht die Produktionsgrobplanung die Produktion so zu planen, dass am Ende einer Periode gilt, dass der Lagerbestand gleich dem Vorgabewert des Ziellagerbestands ist. Wir werden das sehen. Wir werden später noch sehen, wie unterschiedliche Planungsstrategien von diesem Vorgabewert beeinflusst werden. Neben dem Lagerbestand gibt es außerdem noch die Reichweite als Wert, der berechnet wird durch das SAP S4HANA System. Das sehen Sie hier ausgegraut. Was ist die Reichweite? Die Reichweite ist die Anzahl der Arbeitstage, die basierend auf einem Lagerbestand in der Periode t in der Folgeperiode noch mit diesem Lagerbestand der Absatz befriedigt werden kann. Die Berechnung basiert auf der Annahme, dass der durchschnittliche Absatz pro Arbeitstag in der Folgeperiode unverändert bleibt. Basierend auf der Reichweite können wir jetzt auch die Vorgabegröße Zielreichweite definieren. Die Zielreichweite ist eben eine Vorgabe für die Reichweite in der Periode t und die Produktionsgrobplanung wird versuchen, die Produktion so zu planen, dass am Ende einer Periode die Reichweite gleich der vorgegebenen Zielreichweite ist. Auch hier werden wir wieder sehen, wie diese Vorgabegröße die unterschiedlichen Planungsstrategien beeinflusst. Und warum haben wir diese Definitionen vorgenommen? Basierend auf diesen Definitionen können wir jetzt funktionale Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Werten berechnen. Fangen wir damit an. Der Lagerbestand in der Periode t ergibt sich aus folgendem Zusammenhang. Das ist der Lagerbestand in der Vorperiode minus den Absatz plus die Produktion. Das ist intuitiv relativ offensichtlich. Sie haben den Lagerbestand. Sie haben eine bestimmte Absatzmenge, die den Lagerbestand reduziert. Sie haben eine Produktion, die den Lagerbestand erhöht. So kommt der Lagerbestand am Ende der nächsten Periode zusammen. Die Reichweite am Ende einer Periode ergibt sich auf Basis des Lagerbestands. Und zwar ergibt sich die Reichweite aus dem Lagerbestand dividiert durch den durchschnittlichen Absatz. Und der durchschnittliche Absatz ist eben der Absatz in der Periode dividiert durch die Arbeitstage in der Periode. Wenn man das umstellt, kommt man zu dieser Formel. Anzahl der Arbeitstage in der Periode durch den Absatz mal dem Lagerbestand ist die Reichweite. Man muss an der Stelle jetzt noch beachten, dass der Lagerbestand negative Werte annehmen kann. Insbesondere bevor zum Beispiel eine Produktionsplanung durchgeführt ist. Wenn Sie sich erinnern, haben Sie das auch in dem kurzen Beispiel, das ich im System gezeigt habe, gesehen. Aus diesem Grund ergibt sich die Reichweite nicht einfach nur aus dieser Formel, sondern es ist das Maximum aus Null. Und was wir berechnet haben. Das heißt, die Reichweite kann nicht negativ werden. Die Reichweite kann Null sein oder positiven Werte annehmen. Schauen wir uns jetzt diese funktionalen Zusammenhänge mal an einem Beispiel an. Ich habe hier das Beispiel, das ich Ihnen vorher auch im System gezeigt habe, nochmal in unserem Miro-Board aufgebaut. Wir sehen hier einen Ausschnitt aus dem Planungstableau. In diesem Planungstableau beginnt die Planung jetzt unsere Periode 1 ist der Februar 2022. Außerdem habe ich in Anfangslagerbestand von 250 Stück eingegeben. Also der Lagerbestand L zum Zeitpunkt Null ist 250. Auf Basis dieses Lagerbestandes, des Absatzes und der Produktion können wir jetzt den Lagerbestand am Ende der Periode 1 berechnen. Dieser Lagerbestand ergibt sich aus dem Lagerbestand in der Periode 0 minus den Absatz plus die Produktion. Das sind in unserem Fall 250 Stück minus diese 140 plus diese 0. Und somit kommen wir zu einem Ergebnis von 110 Stück. Das ist auch genau das Ergebnis, das wir hier wieder finden. Schauen wir uns das Ganze auch für die nächste Periode an. Der Lagerbestand in der Periode 2 ergibt sich aus dem Lagerbestand am Ende der Periode 1 minus dem Absatz plus der Produktion. Das sind in diesem Fall 110 minus die 186 plus 0 und somit kommen wir zu minus 76. Und das ist auch hier das Ergebnis, das wir hier sehen. Schauen wir uns in diesem Beispiel jetzt auch die Berechnung der Reichweite an. Die Reichweite ergibt sich in diesem Fall aus der Anzahl der Arbeitstage durch den Absatz mal den Lagerbestand. Das sind 28 Arbeitstage durch 150 Stück mal 110 und somit kommen wir zu einer Reichweite von 22 Arbeitstagen. In der nächsten Periode haben wir jetzt negativen Lagerbestand. Das heißt die Reichweite ergibt sich aus 31 Arbeitstagen durch den Absatz von 186 Stück mal minus 76 Stück und das Maximum von 0. Das heißt in dieser Periode 2 ist die Reichweite 0. Mit einem negativen Lagerbestand haben wir eben keine Reichweite. Und das sehen wir auch hier. 0 wird in dem Planungstableau nicht angezeigt. Also hier sehen Sie die funktionalen Zusammenhänge, wie man die anhand von einem Beispiel berechnen kann. Ich bin jetzt hier in unserem S4HANA-System im Anlegen einer Produktionsgrobplanung. Was wir jetzt machen werden, wir werden uns die verschiedenen Planungsstrategien anschauen. Die verschiedenen Planungsstrategien zur Erstellung eines Produktionsplans. Was Sie hier sehen ist, dass ich schon die gleichen Werte, wie wir sie auch auf den Folien bzw. im Miroboard haben, im Planungstableau eingepflegt habe. Ich habe jetzt hier einen Absatz geplant für die Planungsperioden Februar, März bis Juni 2022. Wir sehen außerdem, dass ich aus dieser Planung und dem Anfangslagerbestand von 250 Stück jetzt hier ein Lagerbestand ergibt und auch eine gewisse Reichweite. Als erstes schauen wir uns jetzt die Planungsstrategie für die Produktionsplanung an, Absatzsynchron. Wir finden hier im Bereich Bearbeitung, Produktionsplan erstellen, die erste Strategie, Absatzsynchron. Und was macht diese Planungsstrategie, Absatzsynchron? Ja, die macht genau das, was der Name sagt. Die plant die Produktion genau wie der Absatz ist. Das heißt, das Ergebnis dieser Planungsstrategie ist, dass wir jetzt in dieser Zeile für die Produktion die gleichen Mengen wiederfinden, wie die Zeile des Abstands enthält. Das führt natürlich dazu, dass am Ende einer Periode immer wieder der gleiche Lagerbestand vorhanden ist. Erinnern Sie sich an die Formel, L von T ist gleich L von T minus 1 minus Absatz plus Produktion. Das heißt, unser Lagerbestand bleibt einfach bei 250 am Ende der Periode. Und außerdem wird noch die Reichweite berechnet. Die Reichweite sehen wir jetzt hier. Am Ende der Periode erkennen wir jeweils die Reichweiten, die sich aus dem Lagerbestand, zum Beispiel hier in dieser Periode, ergeben. Absatzsynchron ist die einfachste der Planungsstrategien. Es wird einfach genauso viel produziert, wie abgesetzt wird. Die nächste Planungsstrategie, die wir uns anschauen, ist die Planungsstrategie des Nulllagerbestands. Ziel der Planungsstrategie ist, dass der Lagerbestand am Ende einer Periode Null ist. Und was macht diese Planungsstrategie? Diese Planungsstrategie berechnet die notwendige Produktion wie folgt. Die notwendige Produktion in der Periode T ergibt sich aus dem Maximum von Absatz minus Lagerbestand und Null. Das heißt also, wenn unser Absatz geringer ist als der Lagerbestand, wird nicht produziert. Ich wechsle jetzt wieder zurück in das S4HANA-System. Ich führe jetzt die Planungsstrategie Nulllagerbestand durch. Wir erkennen hier in der ersten Periode, dass unser Absatz minus dem Lagerbestand negativ wäre. Deshalb ist die Produktion Null. Das Ergebnis davon ist natürlich, dass der Lagerbestand am Ende der Periode nicht Null ist, sondern dass ein Restlagerbestand vorhanden bleibt. Mit diesem Lagerbestand gehen wir dann in die nächste Periode. Und hier ergibt sich jetzt die Produktion aus diesem 186 Absatz minus 110 Lagerbestand der Vorperiode, also 76. Und ab dann ist sozusagen die Einschwingphase vorbei und der Lagerbestand am Ende der Periode ist immer Null. Das ist also die Planungsstrategie Nulllagerbestand. Es wird versucht, die Produktion so zu steuern, dass der Lagerbestand Null ist. Das waren die beiden einfachsten Planungsstrategien. Als nächstes tauchen wir uns jetzt noch die Planungsstrategie Ziellagerbestand und Zielreichweite an. Fangen wir mit dem Ziellagerbestand an. Auch da starte ich wieder auf einer Folie, um Ihnen einen Überblick zu geben. Und dann versuchen wir, das im System nachzuvollziehen. Bei dieser Planungsstrategie ist es notwendig, dass der Planer im System einen Ziellagerbestand, der am Ende einer Periode erreicht werden soll, vorgibt. Den Ziellagerbestand muss man eingeben. Das sehen Sie hier auch in dem Screenshot. Hier ist der Ziellagerbestand erfasst. Und auf dieser Basis versucht jetzt die Planungsstrategie, eben die Produktion so zu planen, dass der Ziellagerbestand möglichst erreicht wird. Wie ergibt sich der notwendige Produktion? Das ist wieder das Maximum aus Null. Wir kennen das schon von zuvor. Und dem Absatz plus dem Ziellagerbestand minus dem Lagerbestand in der Vorperiode. Schauen wir uns das auch direkt im System an. Ich pflege hier den gleichen Ziellagerbestand, den wir auch auf den Folien haben. Das sind 100, 90, 100, 50 und 10. Und wenn wir jetzt diese Planungsstrategie durchführen für den Ziellagerbestand, dann sehen wir, dass sich daraus eine bestimmte Produktion ergibt. In der ersten Periode ist die Produktion Null. Das kommt daher, dass in der ersten Periode ist die Produktion Null. Woher kommt das? Der Absatz plus der Ziellagerbestand ist 240 minus die 250 von der Vorperiode sind minus 10, also ist die Produktion Null. Nach unserer Formel. Und dann gibt es wieder die funktionalen Abhängigkeiten, die wir schon kennen. Wenn ich einen Absatz von 140 habe, ergibt sich bei einem Lagerbestand von 250 daraus ein Lagerbestand von 110 am Ende der nächsten Periode. Also wir sehen, in diesem Fall kann der Ziellagerbestand nicht erreicht werden. Und das ist jetzt wieder so, wie wir das schon bei den anderen Planungsstrategien auch gesehen haben. Nach so einer ersten Einschwingphase schafft es dann die Planungsstrategie wirklich diesen Ziellagerbestand zu erreichen. Und abhängig jeweils von dem Ziellagerbestand ergeben sich eben die unterschiedlichen Produktionsmengen für die unterschiedlichen Planungsmonate. Und wir sehen auch, abhängig vom Lagerbestand am Ende einer Periode werden dann eben die entsprechenden Reichweiten berechnet nach diesen Formeln, die wir kennengelernt haben. Und damit kommen wir zu der letzten Planungsstrategie, das ist die Zielreichweite. Das ist tatsächlich die komplexeste der Planungsstrategien. Da geht es darum, dass der Planer eine Zielreichweite vorgibt und das System die Produktion anpasst, um diese Zielreichweite zu erreichen. Was berechnet die Planungsstrategie in diesem Fall? Wir haben eine Zielreichweite vorgegeben. Wir wissen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Lagerbestand und der Reichweite gibt. Und genau dieser Zusammenhang gilt natürlich auch zwischen dem Ziellagerbestand und der Zielreichweite. Also der Ziellagerbestand am Ende einer Periode steht mit der Reichweite in Abhängigkeit Absatz durch Arbeitstage mal Zielreichweite. Das können Sie, wenn Sie wollen, auch nochmal aus den Abhängigkeiten zuvor, die ich Ihnen gezeigt habe, nachrechnen. Das ist der Zusammenhang zwischen Lagerbestand und Reichweite. Und basierend auf einer Zielreichweite plant jetzt die Planungsstrategie wie folgt. Die Produktion ergibt sich, wenn wir das mit Blick auf einen Ziellagerbestand machen würden, aus dem Absatz plus dem Ziellagerbestand minus dem Lagerbestand der Vorperiode. Jetzt setzen wir hier den Zusammenhang zwischen Ziellagerbestand und Zielreichweite ein. Also ergibt sich die Produktion aus dem Absatz plus der Zielreichweite mal Absatz durch Anzahl der Arbeitstage minus dem Lagerbestand der Vorperiode. Und das kann wieder negativ werden, deswegen das Maximum aus dem Null. Schauen wir uns auch das im System an. Ich habe jetzt hier die gleiche Zielreichweite gepflegt, wie ich sie auf den Folien hinterlegt habe. Und ich führe jetzt die entsprechende Planungsstrategie durch. Produktionsplanung erstellen für die Zielreichweite. Und Sie sehen, wie eben die entsprechende Produktionsmenge berechnet wird. Auch hier erkennen wir jetzt wieder so einen Einschwingeneffekt. Einschwingeneffekt in dem ersten Monat wird eben nicht produziert, weil der Lagerbestand von der Vorperiode zu hoch ist. Deshalb muss nicht produziert werden. Deshalb erreichen wir auch hier die Zielreichweite nicht. Die Reichweite am Ende dieser Periode ist höher. Im Monat März klappt das dann. Die Zielreichweite wird erreicht. Im Monat April sehen wir noch einen anderen Effekt. Da gibt es keinen Absatz. Damit gibt es auch keine Reichweite. Damit ist die Reichweite auch Null. Und somit wird auch hier die Zielreichweite nicht erreicht. In den nachfolgenden Monaten führt dann die Planungsstrategie wieder dazu, dass genau das produziert wird, um die Zielreichweite in dem Fall von 5 zu erreichen. Damit haben wir jetzt einmal die vier unterschiedlichen Planungsstrategien gesehen. Diese Berechnungen haben Sie wahrscheinlich auf der Schnelle im Video nicht nachvollziehen können. Schauen Sie sich diese Formeln nochmal an und berechnen Sie einfach mal ein paar Beispiele mit Papier und Bleistift nach. Dann ist, glaube ich, relativ schnell klar, wie das Ganze funktioniert. Das nächste, was wir jetzt noch tun müssen, ist uns die Absatzprognose anschauen. Um das zu tun, erstelle ich ein neues, leeres Planungstableut. In diesem Planungstableut haben wir jetzt keinen Absatz. Es soll kein Absatz manuell geplant werden. Stattdessen möchte ich aus einer Absatzprognose meine Absatzplanung erzeugen. Wie kann ich eine Absatzprognose machen? Hierfür gibt es die Möglichkeit über Absatzplan erstellen. Den könnten wir aus verschiedenen Komponenten importieren oder wir führen eben eine Prognose durch. Bei der Prognose können unterschiedliche Prognosemodelle verwendet werden. In unserem Fall ist hier die automatische Modellauswahl ausgewählt. In diesem Fall wird das SAP-System verschiedene Prognosemodelle durchführen und das Prognosemodell mit dem geringsten Fehler anwenden. Was wir jetzt noch angeben müssen, ist den Prognosezeitraum, den wir wünschen. Wir machen das von diesem Monat, November bis in den Juni 2022. Und wir müssen natürlich noch die historischen Daten, die historischen Absatzzahlen auswählen, die für die Prognose verwendet werden. In unserem System sind historische Absatzzahlen von April 2017 bis März 2021 hinterlegt. Und auf dieser Basis soll die Prognose erstellt werden. Wir bekommen hier nochmal eine Auswahl, wo wir jetzt sehen, welches Modell verwendet wird. In unserem Fall ist das jetzt ein Trend-Saison-Modell. Wir könnten aber auch ein anderes Modell verwenden. Details auf diese Modelle können Sie in der Dokumentation nachlesen. Da werde ich jetzt nicht eingehen. Wir nehmen einfach an, dass die automatische Modellauswahl das korrekte Modell gefunden hat und führen die Prognose durch. Und das Ergebnis ist dieser Bildschirm. Was sehen wir hier? Wir sehen zum einen das Prognoseergebnis. Insbesondere sehen wir, dass die Prognose Monate 11 bis hier dargestellt April. Aber wir könnten auch die Uni anschauen, wenn wir weiterscrollen, wir die Möglichkeit hätten, die Prognose zu korrigieren. Wenn wir das wollten, wir könnten das manuell verbessern. Außerdem sehen wir hier oben noch ein paar Informationen über die Qualität der Prognose. Wir sehen, dass die mittlere Abweichung in unserem Fall jetzt 17 war und dass die Fehlersummen beim Test des Modells 57 waren. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das kann man immer nur im Vergleich zu anderen Prognosen sagen. Aber diese Werte erkennen Sie hier. Und was wir jetzt tun können? Wir können diese Prognose übernehmen und dann ist diese Prognose in unserem Planungstableau vorhanden. Und auf Basis dieser Prognose können wir jetzt die zuvor kennengelernten Planungsstrategien anwenden. Wir könnten jetzt zum Beispiel wieder auf Zielreichweite planen. Ich mache das mal bis in den Juni. Ich sage jetzt ganz schlicht, ich hätte immer gerne Zielreichweite von 10. Und wenn wir diese Produktionsplanung jetzt durchführen mit Zielreichweite, dann erhalten wir eben die entsprechend notwendigen Produktionsmengen, den sich daraus ergebenden Lagerbestand sowie die sich daraus ergebende Leichweite. Diese Produktionsplanung können wir jetzt speichern. Der nächste Schritt, nachdem wir jetzt die Absatz- und Produktionsgrobplanung erstellt haben, ist die Übergabe dieser Grobplanung an die Programmplanung. Was dabei erfolgt, ist eine Disaggregation auf der Ebene der Produktgruppen. Sie erinnern sich, wir haben auf Ebene von der Produktgruppe geplant. Deshalb werden jetzt diese geplanten Produktionsmengen auf die einzelnen Komponenten der Produktgruppe verteilt. Das Ergebnis können wir uns im SAP S4HANA System mal anschauen. Wir gehen dazu in die Transaktion Plan-Primärbedarfe pflegen. Und ich suche jetzt hier nach aktiven Versionen von Plan-Primärbedarfen. Das sind die Plan-Primärbedarfe für die drei Touringbikes, die Sie hier sehen, das Deluxe Touringbike in Schwarz, Silber und Rot. Und die wählen wir jetzt aus. Klicken hier auf Bearbeitung. Und dann sehen wir, welche Planbedarfe sich aus der Übergabe der Grobplanung an die Programmplanung ergeben. Wir sehen zum Beispiel hier im Monat Februar, das ist der erste Monat, den ich geplant habe, ergibt sich jetzt eine Menge von 139 Stück für das Deluxe Touringbike DXTR 3000. Wie werden diese Mengen, die wir hier in diesem Monat sehen, berechnet? Das passiert einfach auf Basis der Anteile in der Produktgruppe. Sie erinnern sich, in der Produktgruppe waren die Fahrräder mit unterschiedlichen Anteilen hinterlegt. Das Deluxe Touringbike in Schwarz mit 40 Prozent, die beiden anderen mit jeweils 30 Prozent. Und die entsprechende Produktionsmenge ergibt sich eben aus der Planmenge für die Produktgruppe multipliziert mit dem Anteil. Ja, und hier sehen wir eben die Anteile, die sich hier für die Planmonate entsprechend ergeben. Nach der Übergabe an die Programmplanung ist der nächste Schritt die Materialbedarfsplanung. Was passiert dabei? Schauen wir uns das auch zuerst auf einer Folie an. Die Materialbedarfsplanung ist ein iterativer Schritt und die funktioniert folgendermaßen. Die Bedarfe, die Primärbedarfe, die wir geplant haben, landen in der sogenannten Planungsvormarkungsdatei. Diese Planungsvormarkungsdatei ist eine Tabelle, die sammelt, welche Materialien geplant werden müssen. Für die zu planenden Primärbedarfe passieren dann vier Schritte. Als erstes erfolgt eine Nettobedarfsrechnung. In der Nettobedarfsmenge wird berechnet, ob ein Nettobedarf aus diesem Primärbedarf existiert. Sie haben einen bestimmten Lagerbestand von einem Material, 100 Stück. Es ist ein Bedarf von 50, dann haben Sie keinen Nettobedarf. In unserem Fall wird es aber so sein, dass sich aus der Produktionsmenge von zum Beispiel 130 Stück auch ein Nettobedarf von 130 Stück ergibt. Auf Basis dieses Nettobedarfs erfolgt eine Beschaffungsmengenberechnung. Die Beschaffungsmenge muss nicht gleich des Nettobedarfes sein. Da spielen zum Beispiel solche Eigenschaften wie eine Losgrößenberechnung mit. Wenn Sie ein Material nur in einer bestimmten Losgröße beschaffen wollen, dann ergibt sich eben aus einer Nettomenge eine abweichende Beschaffungsmengenberechnung. Nach der Beschaffungsmengenberechnung erfolgt die Terminierung. Zu welchem Datum müssen die Materialien verfügbar sein? Und das Ergebnis dieser Terminierung ist ein Beschaffungsvorschlag. Das werden wir sehen. Es werden Planaufträge erzeugt. Und diese Planaufträge können dann entweder zum Fertigungsauftrag werden, wenn das Produkt produziert werden soll, oder zu einer Bestellanforderung, wenn es von einem Lieferanten beschafft wird. Und nach der Terminierung erfolgt die Stücklistenauflösung. Wenn für das Material eine Stückliste existiert, wird diese Stückliste aufgelöst. Und aus dieser Stücklistenauflösung ergeben sich Sekundärbedarfe. Und diese Sekundärbedarfe, das soll dieser Fall darstellen, landen dann in der Planungsvormarkungsdatei und werden dann im nächsten Schritt geplant. Und diese Schritte, diese vier Schritte, Nettobedarfsmengenberechnung, Beschaffungsmengenberechnung, Terminierung und Stücklistenauflösung, die werden so lange durchgeführt, bis es eben keine neuen Sekundärbedarfe mehr gibt. Und dann ist die Materialbedarfsplanung beendet. Die Stücklistenauflösung, die haben wir im vorherigen Video schon gesehen. Da gibt es eine App, Stückliste auflösen, mit der wir uns das angucken können, was schlussendlich passiert. Hier nochmal am Beispiel der Stückliste des Deluxe Touring Bikes. Es wird eben geguckt, aus welchen Komponenten besteht das Deluxe Touring Bikes. Das sind hier diese verschiedenen Komponenten. Für jede dieser Komponenten wird dann eben entsprechender Planungslauf durchgeführt. Und was wir hier auch sehen, Sie erinnern sich, dass zum Beispiel dieses Aluminiumrad selbst wieder eine Stückliste hat. Also diese Planung wird mehrfach durchlaufen, solange bis es keinen neuen Sekundärbedarf mehr gibt. So, als nächstes schauen wir uns jetzt an, wie das im System aussieht. Dazu verwende ich jetzt die App Materialdeckung ermitteln. Und wenn ich die ausführe, wird mir für die Materialien, für die ich verantwortlich bin, dargestellt, wie die Materialdeckung aussieht. An der Stelle ein kleiner Hinweis. Wahrscheinlich funktioniert das für Sie in Ihrem System nicht. Wenn Sie ein UCC-System haben, in der aktuellen Auslieferung 4.0, dann wird diese App bei Ihnen nicht funktionieren. Sie bekommen dann den Hinweis, dass zu viele Materialien selektiert werden und dass deshalb nichts dargestellt werden kann. Ich mache dazu nochmal ein kleines Video, was man dazu ändern muss, damit diese App auch bei Ihnen funktioniert. Nichtsdestotrotz zeige ich die App als Einstieg, weil sie einen schönen Überblick bietet. Die App, mit der wir dann uns wirklich die Bedarfe und die Bedarfsplanung im Detail nochmal angucken, die funktioniert auch für Sie im System. Also, was sehen wir hier? Wir sehen hier, dass ich als Planer in Dallas aktuell für drei Materialien zuständig bin, nämlich das Deluxe Touring Bike 1000, 2000 und 3000. Wir sehen, dass aktuell die Bestandsverfügbarkeit grün ist und dass wir frühestens eine Unterdeckung am 01.02.2022 haben. Was hier dargestellt ist, ist immer im Horizont über 100 Tage maximal. Deswegen sehen wir bei dem Deluxe Touring Bike hier keine Unterdeckung. Wir werden uns trotzdem gleich mal angucken, wie das aussieht. Was wir hier noch machen können, wir können auch das Diagramm anpassen, dass es uns ein bisschen mehr zeigt, dass es uns vielleicht die nächsten 26 Wochen zeigt. Auch da passiert bei dem Deluxe Touring Bike noch nichts, das ist alles grün. Schauen wir uns trotzdem das Deluxe Touring Bike in schwarz an. Ich klicke hier auf Materialien bearbeiten. Wenn Sie das nachvollziehen wollen, können Sie hier einfach die App Materialdeckung bearbeiten verwenden. Wir erkennen jetzt das Ergebnis unserer Programmplanung. Wir haben hier eine Reihe von Bedarfen. Die Bedarfe, die sich aus der Grobplanung, aus der Absatz- und Produktionsgrobplanung ergeben und dann jetzt überführt wurden, finden wir hier als Dispositionselement VP-Bedarf. Wir erkennen in der Übersicht der Mengen, dass wir einen aktuellen Bestand von 250 Stück haben und in Summe ergibt sich damit der erste wirkliche Netto-Bedarf zum 01.03.2022. Deshalb haben wir den in der Übersicht auch nicht gesehen. Das ist jetzt der Stand, bevor die Materialbedarfsplanung durchgeführt wurde. Was ich jetzt an der Stelle mache, ich führe mal die Materialbedarfsplanung für dieses Material durch. Und nach einer kurzen Zeit sehen wir das Ergebnis. Wir sehen jetzt, dass für dieses Material verschiedene Planaufträge erstellt wurden. Wir sehen zum Beispiel hier den Planauftrag 320. Der hat ein Fertigstellungsdatum vom 01.03. Und das ist genau das Datum, an dem der erste Bedarf erzeugt wurde. Zuvor hatten wir zum 01.03. einen Bedarf von 85 Stück. Und das ist jetzt genau die Menge, die in diesem Planauftrag vorhanden ist. Und genauso geht das weiter. Jeweils zu jedem Bedarf wird ein entsprechender Planauftrag erzeugt. Das ist jetzt natürlich die Sicht für unser Material, für unseren Primärbedarf. Wir können uns das aber auch anschauen für die Sekundärbedarfe. Schauen wir uns jetzt die Sekundärbedarfe an, die aus den Primärbedarfen für unser Touringbike resultieren. Dazu öffne ich wieder die App Materialdeckung bearbeiten und wir schauen uns jetzt den Touringrahmen 1000 an. Und hier sehen wir die Sekundärbedarfe, die sich aus den Primärbedarfen für das Deluxe Touringbike 1000 ergeben haben. Wir sehen hier eine Reihe von Sekundärbedarfen, für die keine Stellanforderung erstellt wurde. Der Hintergrund ist hier eben, dass wir aktuell eine Menge von 300 Stück auf Lager haben und die ersten beiden Sekundärbedarfe nicht zu einem Bedarf führen. Das sind nach Befriedigung dieser beiden Sekundärbedarfe immer noch 64 Stück auf Lager. Der erste Sekundärbedarf, der zu einem wirklichen Bedarf führt, ist dieser hier. Und der führt dazu, dass es eine Unterdeckung von 101 Stück gibt. Und entsprechend wird dann eben jetzt in diesem Fall kein Planauftrag erstellt, sondern eine Bestellanforderung, weil es sich bei diesen Materialien eben um fremdbeschaffte Materialien handelt. Von hier aus könnten wir jetzt wieder unseren Beschaffungsprozess durchführen. Den habe ich Ihnen ja schon in einem vorherigen Video erklärt. Ich navigiere jetzt wieder zurück. So, und hier sind wir wieder in der Bedarfsbestandsliste für unser Deluxe Touringbike in schwarz. Ich nehme mir jetzt einen dieser Planaufträge, diesen hier, und ich klicke hier auf das Factsheet. Und was wir hier sehen, ist folgendes, dass für diesen Planauftrag ein Eckendtermin vom 1.4. festgelegt wurde und ein Eckstarttermin vom 28.3. Wo kommen diese Daten jetzt her? Das Eckendtermin, der 1.4., der stammt aus unserem Bedarf, aus der Planung, den sehen wir hier. Dieser Bedarf hat einen Bedarfstermin vom 1.4. Das ist also die Zeit, wo der Fertigungsauftrag beendet sein muss, der aus dem Planauftrag entstehen wird. Deshalb ist das der End-Eckendtermin. Basierend auf diesem Eckendtermin wird der Eckstarttermin berechnet. Wie wird er berechnet? Sie erinnern sich vielleicht, im Material haben wir für dieses Deluxe Touringbike 1000 eine Eigenfertigungszeit von vier Tagen gepflegt. Und das ist genau die Zeit, die benutzt wird, um den Eckstarttermin zu berechnen. Also 1.4., minus vier Tage, das ist der 31.3., 30.3., 29.3., 28.3. Und das ist genau dieser Eckstarttermin. Und diese Eigenfertigungszeit, die sehen wir auch hier unten nochmal. Da müssen wir gar nicht im Material nachgucken. Die wird uns an dieser Stelle auch nochmal dargestellt. Bevor wir jetzt diesen Planauftrag hier in einen Fertigungsauftrag konvertieren, möchte ich Ihnen noch ein paar Details zu Fertigungsaufträgen erzählen. Und dazu wechseln wir wieder auf unser Miro-Board. Was passiert jetzt in dem Moment, wo ein Fertigungsauftrag angelegt wird? So ein Fertigungsauftrag besteht erstmal, wie ganz viele Belege, aus einem Kopf und verschiedenen Positionen im Fertigungsauftrag sind das die Vorgänge und die Komponenten. So ein Fertigungsauftrag bezieht sich in SAP immer genau auf ein Material. Und in dem Moment, wo der Fertigungsauftrag angelegt wird, wie zum Beispiel gleich, wenn wir jetzt einen Planauftrag in einen Fertigungsauftrag konvertieren, dann werden die Daten des Arbeitsplans, Sie erinnern sich, der Arbeitsplan enthält die Vorgänge, die beschreiben, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Schritte in der Produktion durchgeführt werden, sowie die Stückliste, also die Komponenten, aus denen das Material aufgebaut ist, jeweils in den Fertigungsauftrag kopiert. Das heißt, der Fertigungsauftrag enthält dann die zum Zeitpunkt seines Anlegens oder genauer seines Freigebens gültigen Daten des Arbeitsplans und der Stückliste. Nach dem Anlegen und Speichern des Fertigungsauftrags wird in SAP S4HANA eine Reihe von Funktionen ausgeführt, nämlich es wird als erstes der Fertigungsauftrag terminiert, es wird die Verfügbarkeit der einzelnen notwendigen Komponenten geprüft und zum Schluss erfolgt dann die eigentliche Freigabe. Wir werden uns gleich insbesondere die Terminierung nochmal im Detail anschauen. Wechseln wir aber zuerst wieder zurück in das SAP S4HANA-System und ich nehme jetzt diesen Planauftrag hier und konvertiere den. Sie sehen, der wird in den Fertigungsauftrag konvertiert und durch ein Klicken auf OK erfolgt diese Konvertierung. Wir sehen jetzt auch direkt, dass sich unsere Bedarfsbestandsliste geändert hat. Wir sehen jetzt hier den neuen Fertigungsauftrag. Auch hier können wir uns wieder das Factsheet angucken. Wir sehen zum einen, dass der Eckendtermin gleich geblieben ist. Vielleicht erinnern Sie sich noch auf den Eckstarttermin, den wir vorher gesehen haben in Planauftrag. Das war ein anderer. Und daran erkennen Sie auch, was jetzt passiert. Im Rahmen des Anlegen des Fertigungsauftrags wird dieser Fertigungsauftrag wirklich terminiert. Es wird jetzt genau berechnet, wie lange die einzelnen Schritten dauern und es wird nicht mehr einfach auf Basis der Eigenfertigungszeit terminiert. Wie erfolgt jetzt die Terminierung in so einem Fertigungsauftrag? Dafür wechsle ich nochmal auf eine Folie. Was Sie jetzt hier sehen, ist zum einen in der Grafik hier dargestellt, welche Termine relevant sind für die Terminierung eines ganzen Fertigungsauftrag. Dabei gibt es vier relevante Termine. Das ist der Eckstarttermin, das ist der terminierte Start, das ist das terminierte Ende und das ist der Eckendtermin. Wie erfolgt jetzt die Terminierung? Ausgehend von dem notwendigen Verfügbarkeitsdatum wird zuerst die Wareneingangszeit subtrahiert. Sie sehen schon, auch hier wird wieder eine Rückwärtstermin durchgeführt. Durch Subtraktion der wahren Eingangszeit erhalten wir den Eckendtermin. Dann kann im System eine Sicherheitszeit hinterlegt sein. Diese Sicherheitszeit kann man so als zusätzlichen Puffer sehen zum Beispiel. Durch Subtraktion der Sicherheitszeit vom Eckendtermin kommen wir zum terminierten Ende. Ausgehend vom terminierten Ende erfolgt jetzt eine Feinterminierung der einzelnen Vorgänge. Das werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Das zeigt die Lupe. Durch die Feinterminierung der einzelnen Vorgänge landen wir beim terminierten Start. Subtraktion der Komplettdauer der Vorgänge vom terminierten Ende ergibt den terminierten Start. Und schlussendlich gibt es auch noch den Eckstarttermin. Dabei wird die Vorgriffszeit nochmal vom terminierten Start subtrahiert. Diese verschiedenen Termine sieht man auch im Fertigungsauftrag wieder. Die werde ich Ihnen gleich auch nochmal im Fertigungsauftrag zeigen im System. Hier ist nochmal ein Screenshot, wie das im SAP S4HANA-System aussieht. Und um zu verstehen, wie diese verschiedenen Zeiten zusammenspielen, habe ich Ihnen hier noch ein kleines Rechenbeispiel mitgebracht, wie so eine Rückwärtsterminierung eines Fertigungsauftrags aussehen könnte. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Verfügbarkeitsdatum vom 1.4. In unserem SAP S4HANA-System ist eine Wareneingangszeit von 0 Tagen gepflegt. Damit ist der Eckendtermin in diesem Fall auch der 1.4. Wenn wir eine Sicherheitszeit von einem Tag haben, ergibt sich daraus das terminierte Ende vom 30.03. Und hier ist jetzt sogar noch die Uhrzeit terminiert. Das Endetermin ist dann immer das Ende des Arbeitstages, also in diesem Fall 17 Uhr. Danach erfolgt die Terminierung der einzelnen Vorgänge, also das, was wir hier sehen. Und die Terminierung der einzelnen Vorgänge dieses Auftrags ergibt eine Dauer von 4 Tagen, 1 Stunde und 33 Minuten im Beispiel. Ja, somit kommen wir zu einem terminierten Start, der am 26.03. um 15.27 Uhr fliegt. Und von diesem terminierten Start wird dann nochmal die Vorgriffszeit abgezogen und somit landen wir beim Eckstart. Das Ganze können wir uns gleich jetzt auch nochmal im Beispiel anschauen. Bevor wir das tun, jedoch noch den Blick hier auf die Lupe. Was passiert denn eigentlich mit den einzelnen Vorgängen? Und das ist eigentlich genau wieder das Gleiche wie für den ganzen Auftrag. Auch die einzelnen Vorgänge werden durch eine Rückwärzterminierung terminiert. Auch hier kommen vier Termine zum Tragen. Das ist der späteste Endtermin, der früheste Endtermin, der späteste Starttermin und der früheste Starttermin. Wie werden diese Zeiten berechnet? Ausgehend vom frühesten Starttermin des nachfolgenden Vorgangs wird als erstes die Transportzeit subtrahiert. Das ist die Zeit, die benötigt wird, um Materialien zwischen Arbeitsplätzen zu transportieren. Damit kommen wir zum spätesten Endtermin. Vom spätesten Endtermin werden dann Liegezeiten und Abrisszeiten subtrahiert. Liegezeiten sind zum Beispiel Zeiten, die benötigt werden, damit ein Material abkühlen kann. Und Abrüsten sind Zeiten, die nach der Produktion benötigt werden, um den Arbeitsplatz wieder in den Ursprungszustand zurückzuversetzen. Durch die Subtraktion dieser Zeiten landen wir beim frühesten Endtermin. Von dem frühesten Endtermin wird die notwendige Bearbeitungszeit, die Zeit, die zur Durchführung der Produktionsschritte notwendig ist, sowohl die Rüstzeit, die Zeit, die gegebenenfalls notwendig ist, um den Arbeitsplatz für die Produktion vorzubereiten, subtrahiert. Damit landen wir beim spätesten Starttermin. Und dann kann man noch eine optionale Wartezeit pflegen. Durch die Subtraktion des optionalen Wartezeits landen wir beim frühesten Starttermin. Schauen wir uns auch das jetzt im System an. Dazu öffnen wir diesen Fertigungsauftrag und den öffnen wir zuerst mal in der Beleginfo. Das ist so eine Factsheet-App, die einen sehr guten Überblick über den Fertigungsauftrag liefert. Was wir jetzt hier sehen, ist, dass es sich bei dem Fertigungsauftrag um eine bestimmte Menge handelt, 151 Stück, dass aktuell noch nichts zurückgemeldet ist. Das erkennen wir zusätzlich hier auch in dem Status, der ist bis jetzt nur freigegeben. Mit diesem Fertigungsauftrag ist noch nichts passiert. Wir sehen hier die verschiedenen Daten und Uhrzeiten. Also angefangen vom geplanten Enddatum, 1.04. zum terminierten Ende, das ist in diesem Fall der 30.03. um 17 Uhr, bis hin zum terminierten Start, 27.03. um 15.39 Uhr. Außerdem sehen wir im Fertigungsauftrag, welche Vorgänge es gibt. Sie erinnern sich in der Grafik, der Arbeitsplan wird in den Fertigungsauftrag kopiert. Wir sehen hier jetzt die verschiedenen Vorgänge, angefangen von der Position 1 bis zur Position 100. Die Position 110 ist auf der nächsten Seite. Und sehen auch wieder, an welchen Arbeitsplätzen die durchgeführt werden. Und entsprechend die Daten, die aus der Feinterminierung resultieren. Des Weiteren erkennen wir hier die Komponenten, die für den Fertigungsauftrag benötigt werden. Und haben hier nochmal eine Sicht über die Status, die der Fertigungsauftrag hat. Um jetzt im Detail zu sehen, wie dieser Fertigungsauftrag terminiert wurde, öffnen wir diesen Fertigungsauftrag in der App Fertigungsauftrag anzeigen. Das ist jetzt die Detailsicht zum Fertigungsauftrag. Sie sehen, das ist wieder so eine klassische GUI-App. Das ist noch keine von diesen neuen Fiori-Apps. Aber hier erkennen wir auch wieder die Termine. Insbesondere den Eckendtermin, den Eckstarttermin, sowie das terminierte Ende und den terminierten Start. Auch hier nochmal der Hinweis drauf, dass das terminierte Startdatum, beziehungsweise auch das Eckstartdatum, jetzt ein anderes sind als in dem Planauftrag. Wir können uns jetzt hier auch die Übersicht über die Vorgänge ansehen. Und ich mache jetzt mal den Vorgang 20 auf. Hier schauen wir uns die Details dazu an. Mir geht es hier insbesondere um die Terminierung. Hier erkennen Sie jetzt auch wieder die Termine, die ich Ihnen zuvor auf dem Mirrorboard gezeigt habe. Wenn wir jetzt hinten anfangen, sehen wir, dass eine Transportzeit von 0 hinterlegt ist. Aus diesem Grund ist der späteste Termin und der früheste Termin für die Liegezeit gleich. Davon wird jetzt wieder 0 Minuten liegen und 0 Minuten abrüsten subtrahiert. Somit sehen wir, dass diese Termine alle gleich sind und alle am 28.03.2022 liegen. Somit sind wir jetzt beim frühesten Endtermin. Von dem frühesten Endtermin wird die Bearbeitungszeit subtrahiert. Das sind in unserem Fall 50,3 Minuten. Damit kommen wir zum 27.03. um 16.16 Uhr und 47. Das Rüsten ist mit 0 hinterlegt und damit sind wir dann beim frühesten Beginn und spätesten Beginn jeweils am 27.03. um 16.16 Uhr und 47 Sekunden. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann werden Sie sehen, dass es ist ja eine Rückwärtsterminierung erfolgt, dass dieser Endtermin, den wir hier sehen, nehmen wir mal zum Beispiel den 28.03. 8.13 Uhr, dass wir den jetzt in der Position 30 auch wiederfinden werden. Schauen wir uns die an. Die Termine. Das ist der späteste Endtermin des Vorgangs 20 und somit auch der früheste und späteste Beginntermin des Vorgangs 30. Und daran sehen Sie schön, wie diese Rückwärtsterminierung erfolgt ist. Ich gehe jetzt nochmal auf die Termine des Vorgangs 20. Wenn Sie aufgepasst haben, ist Ihnen aufgefallen, dass hier eine relativ gromme Zahl steht. 50,3 Minuten. Und das Ganze in einem Fertigungsauftrag, das zeige ich Ihnen nochmal auf dem Kopf, der 151 Stück dieses Fahrrads produzieren soll. Wo kommt diese Zeit her? Dazu schauen wir uns nochmal den Arbeitsplan an. Arbeitsplan, Anzeigen zu unserem Material. Wir sehen jetzt hier in der Position 20, das ist diese hier. Das für ein Stück eine Arbeitszeit von einer Minute notwendig ist. Im Gegensatz dazu ergibt sich jetzt in unserem Fertigungsauftrag eine Zeit von 50,3 Minuten für 151 Stück. Was ist da für die Ursache? Die Ursache dafür ist, dass unser Fertigungsauftrag in der Feinterminierung die Eckstarttermine überschritten hat. Die Feinterminierung hat dazu geführt, dass der Starttermin des terminierten Feiertigungsauftrags vor dem Starttermin des Planauftrags war. Und in diesem Fall versucht das SAP-System, die Durchlaufzeit für den Auftrag zu reduzieren. Für diese Reduktion gibt es verschiedene Ansätze. Eine, die wir uns hier angucken wollen, ist die Splittung. Und dazu schauen wir uns im Arbeitsplan eine Position an, nämlich die Position 20. Was wir jetzt hier sehen in diesem Vorgang, ist erstmal nicht überraschend. Der ist einem Arbeitsplatz zugeordnet, dem Arbeitsplatz 1000. Der hat die Zeit, die wir gerade schon gesehen haben. Wenn wir aber noch ein Stück weit nach unten scrollen, dann gibt es hier noch diesen Bereich der Splittung. Und hier ist eine maximale Splittung für ein Material, das mit diesem Arbeitsplan produziert wird, von drei hinterlegt. Was heißt das? Sie erinnern sich, wie die Arbeitsplätze bei Global Bike in unserem Beispielunternehmen aufgebaut sind. Der Arbeitsplatz 1000 ist quasi dreimal identisch vorhanden. Als Stammdatum im System nur einmal. In der Realität haben wir die Kapazität von drei gleichen Arbeitsplätzen. Und diese Splittung gibt jetzt eben an, auf wie viele gleichzeitig zu bearbeitende Lose dieser Fertigungsauftrag aufgeteilt werden kann, der aus diesem Arbeitsplan entsteht. Und diese Splittung greift immer dann, wenn eben den Fertigungsauftrag nicht innerhalb der durch die Eckend- und Starttermin terminierte Zeit bearbeitet werden kann. Schauen wir das uns ganz konkret nochmal in unserem Fertigungsauftrag an. Wir sehen hier, dass die Bearbeitungszeit 50,3 ist. Das sind genau die 151 Minuten, die sich aus der Bearbeitung für diesen Schritt ergeben würden, geteilt durch drei. Und das erkennen wir auch hier im Bereich Splittung. Wir sehen, dass für diesen Fertigungsauftrag mit seinem verwendeten Arbeitsplan und dem Material eine maximale Splittung von drei erlaubt wäre für diesen Schritt. Und die tatsächliche Splittung auch drei ist. Daher kommen die Zeiten, die hier berechnet wurden. Das gleiche können wir uns auch nochmal an der Position 30 angucken. Ja, ich bin jetzt auf die Position 30 gewechselt. Auch die ist dreimal gesplittet worden. Und auch hier erkennen wir jetzt eben in den Terminen, dass die Zeit 100,7 Minuten ist. Die Einzelbearbeitungszeit für diesen Schritt ist zwei Minuten. Also hier wurden 302 Minuten durch drei geteilt. Und somit kommt es zu dieser Bearbeitungszeit von 107 Minuten. So, nachdem wir jetzt einen Fertigungsauftrag angelegt haben und verstanden haben, wie dieser terminiert wird, ist der nächste Schritt die Durchführung der Produktion. Die Nachverfolgung von Fertigungsaufträgen während der Produktion erfolgt mit der App Fertigungsaufträge bearbeiten. Ich filter das mal auf Fertigungsaufträge für dieses Produkt DXDR 1000. Ja, und Sie sehen, hier gibt es Fertigungsaufträge in verschiedenen Status. Hier gibt es einen Fertigungsauftrag, der schon vollkommen abgeschlossen ist. Das erkennt man daran, dass 200 von 200 zu produzierenden Stück schon geliefert wurden. Hier gibt es den Fertigungsauftrag, den wir gerade angelegt haben. Der ist nur in dem Status freigegeben. Ja, Details sieht man auch, ja, vorkalkuliert und Abrechnungsregel, diese Status sind auch gesetzt, ohne dass ich jetzt genauer darauf eingehe, was die tun. Und dann gibt es noch einen weiteren Fertigungsauftrag, dieser hier. Hier erkennt man, dass ein Problem aufgetreten ist. Dieser Fertigungsauftrag, da gibt es ein Komponentenproblem. Ja, da fehlen irgendwie notwendige Komponenten. Und wir sehen auch, dass der schon deutlich zu spät ist. Der sollte eigentlich irgendwann im September beendet sein und es noch nicht produziert. Wenn wir hier jetzt in einen Fertigungsauftrag klicken, ja, dann können wir auch die, sowohl die Verfügbarkeit der Komponenten anschauen. Ja, hier ist jetzt natürlich schon alles verfügbar gewesen. Ja, wurde auch für die Produktion verwendet. Und wir können auch den Status im Arbeitsplan sehen. Wir sehen hier auch, dass alle Arbeitsschritte komplett durchgeführt sind. Wenn wir jetzt einen Fertigungsauftrag hätten, der noch mitten in der Bearbeitung wäre, dann würden wir hier je nachdem, wie Rückmeldungen erfasst würden, vielleicht nur einen Teil des Bearbeitungsfortschrittes sehen. Zum Beispiel erkennen, dass an dieser Stelle 100 von 200 schon bearbeitet wurden. Auf die eigentliche Bearbeitung des Fertigungsauftrags will ich jetzt hier nicht weiter eingehen, sondern wir gucken uns jetzt nochmal auf dem Miro-Board an, welche Belege im Rahmen der Bearbeitung des Fertigungsauftrags erstellt werden. Nochmal zur Erinnerung, wie sieht der Fertigungsprozess bei Global Bike aus? Den sehen wir hier oben. Der Fertigungsprozess beginnt damit, dass ein Planauftrag in einen Fertigungsauftrag verwandelt wird und der Fertigungsauftrag freigegeben wird. Das haben wir gerade gesehen. Ja, wir haben diesen Schritt im System gemacht und analysiert, welche Daten dann berechnet wurden. Im nächsten Schritt wird der Warenausgang zum Fertigungsauftrag erfasst. Ja, die notwendigen Rohstoffe werden aus dem Lager entnommen. Es wird produziert und dann erfolgt eine Rückmeldung zu dem Fertigungsauftrag. Im Falle von Global Bike sind das immer Endrückmeldungen. Ja, es wird nur einmal am Ende zurückgemeldet. Es wäre aber in SV Orhana auch möglich, Teilrückmeldungen zu erfassen oder Rückmeldungen auf Basis der einzelnen Vorgänge. Der letzte Schritt ist dann der Wareneingang zum Fertigungsauftrag. Also die Materialien, die produziert wurden, werden ins Lager gebracht und es erfolgt schlussendlich die Abrechnung des Fertigungsauftrags. Wenn wir uns jetzt das anschauen, können wir uns wieder überlegen, welche Belege in welchen Bereichen des SVHANA-Systems erstellt werden. Der erste Schritt ist Freigabe des Fertigungsauftrags. Dadurch wird ein Fertigungsauftrag erstellt und der gehört zum Bereich Produktionsplanung und Steuerung. Das Buchen des Warenausgangs, das kennen Sie jetzt schon. Das führt dazu, dass ein Materialbeleg erzeugt wird im Bereich Einkauf und Beschaffung. Und außerdem ein Buchhaltungsbeleg im Finanzwesen sowie ein Kostenrechnungsbeleg im Kontrollen. Erfassung der Rückmeldung zum Fertigungsauftrag führt dazu, dass eine Rückmeldung im Bereich Produktionsplanung und Steuerung erfasst wird und gleichzeitig auch ein Kostenrechnungsbeleg im Kontrollen. Das Buchen von Wareneingängen haben wir schon mehrfach gesehen. Das führt dazu, dass ein Material- und Buchhaltungsbeleg erzeugt wird. Das kennen Sie schon. In diesem Fall wird aber außerdem noch ein Kostenrechnungsbeleg im Kontrollen erzeugt. Und schlussendlich erfolgt dann die Abrechnung des Fertigungsauftrags. Die führt dazu, dass ein Buchhaltungsbeleg und ein Kostenrechnungsbeleg erzeugt wird. Soviel erstmal zu den Details im Produktionsplanung und Steuerung. Was wir jetzt gesehen haben aus dem Prozess, wir sind bis hier gelangt im Rahmen dieses Videos. Ich werde auch für diesen Bereich noch ein Video machen, wo ich die Fallstudie, die Sie durchgeführt haben, rekapituliere. Und in diesem Zuge werden wir dann auch wieder sehen, welche Belege hier angelegt wurden und insbesondere auch alles das, was im Finanzwesen erfolgt ist, nochmal genauer analysieren. Bis hierhin, danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Bis hierhin, danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Bis hierhin, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hierhin. Du bist ineffizient. Verdächtig. Bis hierhin. Bis hierhin. Verdächtig. Bis hierhin. Bis hierhin.